Vielleicht besser. Ja, dieses Mantra gibt es jedes Jahr. Und jedes Jahr pinkelt mir irgendein Wasserpolospieler in einen meiner Schuhe. Nein, war nur ein Scherz. Die pinkeln beide. Ryan hat Mr. Schmidt in Mathe. Was ist mit Mr. Schmidt? Nichts. Grüß seinen Maulwurf von mir. Tja, wenigstens habt ihr euch. Das ist sehr weise, Dad. Danke, mein Sohn. Wir sind verflucht.